Wir können, Mate, wir können. Okay. Willkommen zur neuen Ausgabe der Pick'n Talent Predictions. Darf ich ja unseren Goldkorn schon besitzen? Ja, aber theoretisch sieht der aus wie ein Goldkorn. Ja, ne? Die Trophy im Moment, ja. Das Ziel ist jetzt bloß nicht auf Silber zu kommen. So, also Leute. Wir haben uns heute leicht verschätzt. Also wir haben ja an Mauspots geklaut. Ja. Aber wie immer gilt meine Devise nie wieder auf Maus. Und nächstes Major werden wir wieder auf sie setzen. Falls sie dabei sind. Nein, diesmal nicht. Bitte fessel mich vorher. So, und dann habe ich einmal mal wieder an die Franzosen geklaut. Und auch das hat nicht funktioniert. Weil man sagen muss, Nip hat echt mega krass gespielt auf D2, ne? Also, das hätte vorher so keiner prediken können, glaube ich. Ja, die haben sie komplett zerseht. Aber gut. Aber ist egal. So, widmen wir uns lieber mit den Sachen, die heute passieren. Oder, ja, je nachdem wann das Video rauskommt. Aber ich denke schon heute. Ähm, so, da haben wir... Wir haben schon heute. Nein. Wir haben jetzt, wo wir das Video gerade aufnehmen, Viertel vor zwölf. Dein Ernst? Ja, Mann. Schich! Schich! So. Da haben wir in der ersten Begegnung Team Envias gegen Fnatic. Und da haben wir gerade schon drüber diskutiert. Man kann dieses Match überhaupt nicht predikten. Ja. Es ist einfach absolut random. Äh, also beide Teams absolut geistesgestört. Könnten auch beide eigentlich im Finale stehen. Ja. Und TSM eigentlich auch. Also, das sind so die drei Top-Teams, würde ich mal behaupten, aus dem kompletten Turnierbaum. Aber, wir haben uns dann doch für Envias entschieden. Ja. Warum auch immer. Einfach Bauchgefühl daraus. Ich habe irgendwie das Gefühl, die machen es morgen. Wird aber mega knapp. Man könnte natürlich argumentieren, dass Fnatic auch schon mal ein Match verloren hat. Allerdings ist es natürlich auch gegen Luminosity gewesen, die auch geistesgestört sind, ne? Ja, das stimmt, ja. Aber ja, wir lassen uns morgen überraschen. Wie gesagt, 50-50. Je nachdem, wo ihr mehr Bock drauf habt, wählt das. So, dann haben wir Virtus.pro gegen G2 Esports. Ich denke mal, da kann man auf jeden Fall auf unsere Polen gehen, oder? Ja. Ich meine, also, Maus hat ja heute die ersten zwei Maps ziemlich gut gegen G2 Esports gespielt. Die dritte haben sie halt komplett verkackt. Aber daran sieht man, dass er G2 Esports gar nicht mit den ganz großen Top-Teams auch mithalten kann. Und deswegen würde ich mal behaupten, dass... Und vor allen Dingen denke ich auch, dass es ja best auf drei. Ich denke mal, VP wird Train picken und auf Train wird VP die schon mal rasieren. Also, da müssen sie praktisch nur noch eine von zwei Maps irgendwie gewinnen. Das werden sie schaffen. Ich denke mal, wenn da irgendwie Mirage oder Inferno fällt, da sind die auch ziemlich gut. Also, das wird schon... Also, ich denke mal schon, das werden die packen. So, dann haben wir TSM gegen Ninjas in Pyjamas. Ähm... Hehehehe. Also, Nip muss jetzt nach Hause... Die Koffer packen! Heu! Heu! Es ist so weich! Wir haben vorhin schon die ganze Zeit Späße gemacht. So, dass Nip das ganze Majorship und ich dann am Ende sage, jetzt packen sie die Koffer. Ja. Aber das Ding ist, TSM ist ja wohl... Also, mitunter auch einer der absoluten Top-Favoriten. Ja, dass sie im Finale stehen und ich denke mal... Und da darf man sich jetzt auch nicht zu sehr blenden lassen, da von dem 16-1. Also, das war schon mega krass, aber... Ja. So viel Aussagekraft hat das jetzt auch nicht, dass sie auf einmal da TSM platt machen. Ich glaube auch. Also, das wird auch ein mega spannendes Match. Aber ich denke mal auch, dass da TSM ein bisschen weiter die Nase vorne hat. So, und dann kommen wir zu Luminosity Gaming gegen Navi. Ja. Ähm, da sind wir uns auch nicht zu 100% sicher. Aber ich denke mal schon, dass Luminosity Gaming im letzten Major extrem krass performt hat. Und die diesmal noch krasser unterwegs sind. Und, äh, für Navi könnte das auf jeden Fall reichen. Und deswegen haben wir die einfach mal gepickt. So. Wie immer müsst ihr euch jetzt im Hinterkopf behalten, wie wir das Ganze hier gepickt haben. Ja. Weil ich hab in den Kommentaren auch gelesen, äh, warum wir zum Beispiel bei den Eco-Warriern jemanden auswählen vom Loser-Team, wenn wir doch für das andere Team sind. Das ist ja... Also, ihr müsst ja mal überlegen. Logischerweise das Team, wo wir denken, dass das verliert, die werden öfters eine Eco haben. Und deswegen wählen wir dann auch dementsprechend, äh, so jemanden aus. Ja. Und vor allem müsst ihr auch überlegen, gerade die Matches, die sehr lange gehen, vielleicht auch teilweise in die Overtime, da werden die auch noch sehr, sehr viele Fracks machen. Und deswegen ist es ganz cool, dass ihr genau diese Matches wählt. Für gerade sowas wie Clutch King, Eco-Warrior oder sonst was. Ja. Auf jeden Fall. Gut. So, äh, bei Kommando, da haben wir Bialy gewählt, weil, äh, der hat in den letzten Matches echt... Gut performt. Ja, sehr gut performt sogar. Und wir denken halt, dass es das, wenn man einseitigste Match wird wahrscheinlich, also... Ja. Also sind wir uns auch ziemlich sicher, dass VP gegen G2, äh, das Match sein wird, was man wohl am besten predikten kann von den ganzen Vieren. Obwohl er dann halt auch mal eine gute KD reißen kann letztendlich. Ja. Ich würde das Match mal so locker 60-40 für VP einkategorisieren, wenn nicht sogar noch mehr. Und, äh, ja, deswegen haben wir uns da für Kommando, was er dann die KD ausmacht, auf jeden Fall für Bialy entschieden, weil ich denke mal, der wird eine ganz gute KD halten können. So, dann haben wir noch als Clutch King Snacks genommen. Da könnte man jetzt auch drüber diskutieren, ob der oft in Klatschsituationen kommen wird, aber ich denke mal... Und vor allem wenn er drin ist, dann spielt das mega gut. Ja. Und der Snacks hat mir am ersten Tag auch schon 60 Punkte gebracht. Also das auf jeden Fall... Ansonsten hätten wir den halt wahrscheinlich bei Kommando drin gehabt, ne, den Snacks. Ja. Und vor allem der wird halt auch an sich viele Kills machen, denke ich mal, gegen G2. Ja. Und deswegen, ähm, ja, haben wir den da einfach mal drinnen. So, bei Eco-Warrior, das ist genau das, was ich ja gesagt habe, ähm, haben wir Flasher gepickt. Weil, wie gesagt, Envyers und Fnatic, das wird halt absolut krankes Match. Und ich denke mal, ja, logischerweise auf beiden Seiten sehr viele Eco-Rounds, aber Flasher ist absolut guter Spieler. Der hat ja auch hier, äh, wenn man mal hier auf die Eco-Warrior, auf die Pistol-Kills geht, der ist Flasher ja auch ziemlich weit oben. Ja, gerade vom letzten Major, da hat er auch 39 Frags gemacht mit der Pistol, also... Gut, aber Envyers ist auch mit oben auf. Also, wenn da jetzt einer von Envy einen Spieler drin hat, ist auch nicht schlecht, ne. Ja, auf jeden Fall. Naja, wir haben halt den Beine-Kopf gepickt, der ist ganz cool. So, dann... Dann bei Envy-Fragger haben wir uns für den NBK entschieden. Der ist on fire. Erst haben wir den Kerrigan drin und dann hast du davon gekauft. Ja, ja, ich hab eben gerade noch Packages aufgemacht für den Kerrigan, um ihn dann doch wieder rauszudeleten, weil wir gemerkt haben, dass Kerrigan gar nicht so on fire war im Moment. Weil der NBK einfach Raute 1 ist. Und NBK performt im Moment echt mega krass. Und ihr seht's auch schon im letzten Major, da hat er an Opening-Kills auch sehr viele gemacht. Also ich denke mal, der wird da schön reingasen und einige Frags ziehen. Ich mein, Apex könnt ihr da auch wählen, aber ich find den im Moment... Also, statistisch gesehen war der jetzt nicht so krass. Kann natürlich sein, dass er morgen ausrastet, könnt ihr ja nicht richtig predikten, aber... Das ist mal ein bisschen random. Deswegen... Gehen wir da einfach mal auf NBK. Okay. Und bei Sniper, wie gesagt, da geht er logischerweise auch auf das Team, wo ihr halt denkt, dass es gewinnt, weil... Allein mit der Economy. Ja, genau, eben. Dass er halt auf der AWP spielen kann. Nein, was... Und da haben wir einfach mal Fallen gepickt. Ja. Und eben nicht zum Beispiel Guardian, weil die müssen halt öfters ein ECO machen und dementsprechend wird er halt weniger AWP spielen wie so ein Fallen. Und, ähm... Finde ich auch besser. Zum Beispiel Kenny S, ich weiß nicht. Kann natürlich sein, dass er eskaliert zum Beispiel gegen... Äh... Fnatic, aber ich glaub's eher nicht. Also... Ich glaub, das wird eher so ein Hin und Her. Viele... Viele Anti-Ecos und so. Vor allem ist es auch, glaub ich, gar nicht so schlau, wenn man... Äh... Zweimal zwei Spiele aus einem Team wählt, weißt du? Weil die sich ja so ein bisschen dann Fracks rauben. Ja, und vor allem, wenn dann ein Team auf einmal versagt, dann hast du direkt zwei Slots... Am Arsch. Deswegen haben wir auch nur einmal zwei Spiele aus einem Team gewählt, weil wir halt, wie gesagt, denken, dass VP das einfachste Spiel wird und die da halt viele Fracks ziehen können. Und, ähm... Ja, ich denke mal, das sind so gute Predictions, oder? Jo. Ja, dann, äh, sehen wir uns morgen mit dem Goldcoin wieder. Hehehe. Auf geht's jetzt! Auf geht's jetzt! Hehehe. Haut rein. Ciao. So. ... ... ...